Hi Leute und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ich habe ein neues Voice-Over für euch und diesmal geht es um die Drake Buccaneer hier. Dieser Jäger ist jetzt in der frühen Whitebox-Phase. Viele Designer und Artists sind jetzt von der Caterpillar oder auch von der Herald abgezogen worden, um die Buccaneer jetzt ins Spiel zu bringen. Und dafür gab es bei Around the Verse ein langes Special und das möchte ich euch gerne hier übersetzen und zusammenfassen. Ja, die Buccaneer soll Drakes Antwort auf die Fighterschiffe sein, die sonst so das Verse bedreisen und vor allem den Piraten das Leben schwer machen. Nämlich so etwas wie die Gladius, wie die Hornet oder auch wie eine Avenger. Sie soll dabei sehr, sehr schnell und manövrierfähig sein und dafür weniger Panzerung mit sich drin führen. Das heißt, sie wird lange nicht so viel aushalten wie die anderen Schiffe, aber dafür eben umso manövrierfähiger und wendiger und vor allem insgesamt sehr, sehr schnell sein. Dazu soll sie ein gewisses Piraten-Flair bekommen, das heißt im Aussehen etwas Roughes, etwas Aggressives auch und vor allem etwas, was gerade das Gefühl erzeugt, dass sie in Massen, wenn sie auftaucht, sehr gefährlich sein kann. Die Flügel werden jetzt innerhalb dieser Phase, die jetzt nach der Konzeptphase kommt, etwas kleiner werden. Dafür werden sehr viele Manövrierdüsen angesetzt, insgesamt nämlich 24 Stück. Da kommen wir dann auch später nochmal dazu. Und ansonsten ist das ganze Design darauf ausgelegt, dass sie kein fliegender Panzer wird, wie jetzt zum Beispiel eine Hornet, sondern eben deutlich agiler. Die größte Waffe unten, die große gegimblede Kanone soll dabei so gelagert sein, dass sie eigentlich in jedem Zustand abfeuerbar ist. Das bedeutet, auch das Landefahrwerk wird sich komplett verändern. Das heißt, es wird so angeglichen, dass es erstens komplett einfahren kann in den Rumpf und außerdem trotzdem auch im Stand dieser Waffe eine gute Möglichkeit gibt, abgefeuert zu werden. Außerdem wird auch der Einstiegsbereich im Cockpit verändert. Das heißt, ursprünglich war das mal angedacht, dass der Pilot auf der rechten Seite einsteigt. Jetzt ist es aber inzwischen so geplant, dass der Pilot auch auf der linken Seite einsteigt, wie allen anderen Jägern. Das sind alles so Veränderungen, die jetzt mit der sich abschließenden Konzeptphase und der tatsächlichen Implementierung ins Spiel kommen werden. Wie gesagt, die Buccaneer selbst soll als sehr agiles und schnelles Schiff im Wörs agieren und dafür eben etwas weniger Panzerung mitbringen. Diese Eigenschaften können sie jetzt aktuell in der Whitebox schon testen. Es handelt sich hier, und das betont Matt Sherman an der Stelle immer wieder, noch um eine sehr, sehr frühe Whitebox. Das bedeutet, das meiste ist in einer Art Mock-up-Stadium. Und sie haben insgesamt sehr, sehr viele Daten von anderen Drake-Schiffen übernommen, wie zum Beispiel von der Herald oder auch von der Cutlass. Auch da sind viele schon tatsächlich existierende Designs von Drake jetzt in diese Whitebox eingeflossen. Und die werden jetzt nach und nach angeglichen, überarbeitet und so passend gemacht, dass sie immer noch zum Drake-Charakter passen, aber trotzdem funktional und nutzbar in diesem ganzen, in dem Schiff dort sind. Dafür ist es ein sehr, sehr langwieriger Prozess, um Stückchen zu Stückchen gucken, was geht nahtlos ineinander über, was kann wirklich übernommen werden und was muss komplett überarbeitet werden. Und da an der Stelle ist es einem sehr, sehr wichtig zu betonen, dass je weiter sie in den Style-Guides kommen für die einzelnen Hersteller, desto einfacher wird es sein, immer mehr Schiffe auch in einer Reihe auch schneller und mit weniger Ressourcen zu produzieren. Bray Drake ist es tatsächlich noch im Anfang begriffen. Aber wir sehen hier schon die ersten Bilder aus der Whitebox selbst. Also man sieht, es ist ein ganz, ganz grober Zusammenbau dieses Schiffes. Sie hat also die beiden Size 1 und Size 3 Flügellafetten, die jetzt durchaus sichtbar sind. Dann, was nicht zu sehen ist aktuell, weil die noch nicht eingefügt sind, sind die Raketenwerfer, die dort auch an den Tragflächen angebracht sein sollen, beziehungsweise Tragfläche und Rumpf. Dann haben wir die großen, massiven Thruster, die das Schiff hat, die Haupttriebwerke, die eben extra auch in dieser Größe gehalten werden. Und diese kleinen Punkte symbolisieren die Manövertriebwerke. Das werden, wie gesagt, 24 Stück sein. Und mit den Main-Thrustern und den Retro-Thrustern gerechnet, kommt dieses Schiff auf eine beachtliche Zahl von 28 verschiedenen Düsen, Antriebsdüsen und vor allem eben Thruster in jegliche Richtung. Damit wird sie wirklich sehr manövrierfähig. Und er zeigt uns jetzt sogar ein kleines Flugbeispiel, wie sie also jetzt in einer frühen Whitebox-Phase wie dieser hier anfangen, das Schiff schon auf ihre Flugeigenschaften zu testen. Wie gesagt, es ist eben sehr früh in der Bearbeitung. Das heißt, man sieht, die Leiter fährt eben auch nicht ein. Man kann aber hier schon ein bisschen das Gefühl bekommen, wie bewegt sich das Schiff eigentlich? Wie wirken sich auch diese Thruster in der Physik der Game Engine aus, wenn sie angebracht sind? Und wie können sie von allen Designern so optimiert werden, dass genau das Fluggefühl herrscht, was man haben möchte? Und dass es eben auch passend zum Spiel und zu der Rolle des Schiffs im Spiel passieren kann. Dafür ist diese Whitebox-Phase sehr, sehr wichtig. Und grundsätzlich kann man sagen, dass sie mit dem Fortschritt der Buccaneer da schon sehr, sehr zufrieden sind. Sie haben schon ein gutes Gefühl gekriegt, auch das zu behalten, den Spirit zu behalten, den das Konzept-Artist mitgebracht hat, aber trotzdem das Schiff im Spiel jetzt richtig angleichbar zu machen. Ja, von dort aus geht es dann tatsächlich in einen kurzen Ausflug in die Animation. Und zwar hier geht es vor allem um die Animation der Flight Controls, also wie der Pilot tatsächlich dann die Sticks hält, in dem Fall tatsächlich mit einem mittleren Stick und einer seitlichen Schubkontrolle. Dafür hat der Designer viele Modelle tatsächlich aus den verschiedenen Drake-Schiffen rausgenommen, Teile, und sieht sich jetzt die Einstiegsanimation an, um zu gucken, wie kann der Pilot Platz nehmen, funktioniert das alles. Und man sieht, es gibt noch so eine oder andere Schwierigkeit, der Pilot glitscht da durch das Dach durch. Und all das wird jetzt in diesem Prozess mit der Zeit eben angepasst, damit sowohl die Animation stimmt, als auch die Abmessung des Schiffes, damit überhaupt jemand richtig einsteigen kann. Das ist jetzt der Punkt, den Sie jetzt benutzen, um auch in der Whitebox, um das schon mal so ein bisschen auszukanzeln. Und am Ende wird jetzt nochmal erklärt, wie das ganze Prozedere eigentlich abläuft. Der Concept Artist selbst liefert das, was wir im Concept Sale präsentiert kriegen, und das ist ein Gefühl. Das Gefühl für ein Schiff. Die Spieler sollen ein Gefühl dafür kriegen, was kann dieses Schiff, was soll es darstellen im späteren Star Citizen-Universum, was ist der eigentliche Witz da dran, und das bringt der Concept Artist. Und jetzt, im Anschluss, sind die Designer selbst und die Animation Artists damit beschäftigt, dieses Gefühl weiter zu erhalten, aber trotzdem das Schiff spielbar zu machen. Dafür müssen Böden, Deckenhöhe und Sitze und alles so passend angebracht werden, dass die Ingame-Animationen grundsätzlich funktionieren. Und es muss natürlich auch darauf geachtet werden, dass das Schiff an sich seinen Eigenschaften gerecht wird. Da sind Sie jetzt gerade dran. Aber Sie sind sehr gespannt darauf, die Buccaneer weiterzuentwickeln. Und Sie sagen, das wird die Antwort von Drake auf Piraten. Ich sage ja immer noch, kein Schleudersitz, kein ordentlicher Jäger. Aber das überlasse ich euch, diese Entscheidung. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. See you on the Flight Deck. Sawyer out.